Wir wurden heute Vormittag zu einem Gebäudebrand, eines Alpegebäudes, im Walnerschwangertal gerufen. Es sind ca. 150 Feuerwehrmänner im Einsatz. Das sind die Feuerwehren Hittisau, Sieberzgefell, Lingenau, Krummbach, sowie Arnelsbuch, Eck und Reute. Zum genauen Hergang des Gebäudebrandes kann ich noch nichts sagen. Es ist eine Person mittels Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Hier ist der Kumpel verstanden. Orsестно. 1. Betrattet Lamb. Schnellen sind die Kaffee Nicht alle. Ja. Das ist ein bisschen eine Passe von Herrn, der gehört auch hier. Dann wollen wir sie aufziehen. Warte, hast du an der Erde gesehen? Den Korb hier legen, das Kopf nach unten. Glückwunsch, das ist eine Deckung zu sehen. Das passt. Annegir Zak, я von der Corona-T montiert. Wo mutta Anteil der Schäsler, Die cabeza in den Rottenberg kamen ab Justine. Wirdシ chinesisch rein, Ah ja, duуда, der 40. Sch łatens mal ab. Die w cuisine hat ren�amam mit den Sch fest,